Jo meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge hier in Spider-Man Person 3 Master. Sorry, in den letzten Tagen keine Videos mehr kamen, in den letzten drei oder sogar vier Tagen glaube ich. Ich kam einfach nicht mehr dazu, Videos aufzunehmen, hatte viel um die Ohren, aber jetzt geht's hier weiter. Ich muss auch ein bisschen schneller sein, die Sache ist auch die, nicht mehr lange und dann kommt Spider-Man 2 raus. Ich will auch noch meist Morales durch spielen, die DLC ist eigentlich sogar auch noch. Deswegen muss ich schon auch mich ein kleines bisschen hetzen mit den Aufnahmen hier. Deswegen nicht so viel Trönen und mehr spielen. Und jetzt müssen wir glaube ich mit Spider-Man zu Doc Ocks Labor gehen und gucken, was er gemacht hat hier. Also er dreht da weiter durch und dies, das und nicht so gut. Und ja, da würde ich sagen, schon erst mal zu Doc Ocks Labor und mal gucken, was er so gemacht hat hier mit seinen Erfindungen. Hab wieder mal für die heutige Folge die Weiße Spinner angezogen für den Anzug. Wie gesagt, richtig, richtig geil. Und jetzt muss ich wieder ein bisschen reinkommen mit dem Schwingen hier. Ich hab wie gesagt drei, vier Tage lang nicht mehr das Spiel angefasst. Naja, so, okay, wieder reingekommen hier. Dann Rucksack in der Nähe. Ihr kennt mich ja, Leute, immer Rucksäcke hier. In den Augen behalten, aber ich denke, es ist kein Rucksack mehr. Ähm, ich würde auch noch, wie gesagt, den Avengers Tower zeigen, aber weiß jetzt gerade nicht ganz, wo er ist. Vielleicht so im Stadtzentrum von Manhattan? Keine Ahnung. Ja, ja, es macht das schon der Polizisten. Es fehlt ein Algorithmus, der die Spur der Entführer berechnen kann. Entführer? New York ist laut, aber die Maske fokussiert auf gedämpfte Geräusche. Na komm, wir machen das mal schnell, Leute. Ich finde das Auto. Das Auto. Was für ein Auto? Welche Farbe hat das Auto? Rot, grün, blau, pink. Achso, ah, da ist so eine Leiste links. Ja, machen wir es mal schnell, würde ich sagen. Für ein paar Verbrechermarken einfach. Warum nicht, Leute? Ist das hier das Auto? Ah, hier ist das Auto. Kommen Sie raus. Strecken Sie die Beine. Oh mein Gott. Danke dir, Spider-Man. Das sind die Kerle. Hol sie dir. Das ist schon crazy, ne? Einfach, ey? Also, äh, ja. Einfach im, 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 im Dings. Kofferraum entführt, ey. Also, das würde ich, äh. Also, wenn man mich entführen sollte, dann nicht im Kofferraum. Dann kriege ich ein bisschen Platzangst, du. Bin ich ehrlich, du. So, anspend hier. Friss meine Kombo, du Bastards. Meine Frau hat mich vor illegalem Glücksspiel bewahrnt. Du warst meine Rettungsbeine. Digga, der ist tot. Habt ihr es gerade gesehen? Der hat kopfüber ihn auf den Boden gerammt. Vielen Dank, vielen Dank. Und dir gibt es keine Zugabe. Die Kidnapper sind nämlich bewusstlos. Und, 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 nee. Die sind nicht bewusstlos. Der ist tot. Also, ne? Der eine ist tot. Und da sagt man mir, Spider-Man tötet nicht, ey. Der ist tot, Leute. Der ist sowas von tot. Das glaube ich gar nicht, ey. Ah, nee. Das ist nicht mein Doc Ocks-Labor. Aber ich glaube, das ist, ähm, das mit, ähm, den Dämonen, ne? Mist. Der Teufelsatem ist weg. Ich sollte MJ vorwarnen. Hier spricht Mary Jane Watson. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Und ich rufe schnellstmöglich zurück. Was hast du nur vor, MJ? Ach, das ist die Mission. Laut Standish suchen die Dämonen etwas in Grand Central. Das ist sogar die Mission. Aber was bitte könnten sie dort brauchen? Sollte Volpita anrufen und ihm sagen, was ich gerade mache. Obwohl, lieber nicht. Er würde mich sowieso nur noch Hause an meinen Laptop schicken. Ich schaue mir das schnell an und lasse ihn wissen, was ich finde. Und dann muss ich den Anzug aber dann noch mal wechseln, du. Für eine gewisse Szene. Ja, ja. Also wie kann man jetzt sehen, was Oscorp so erfindet, was sie so machen. Ich muss sagen, zum Beispiel sowas hier. Das ist eine gute Erfindung. Aber ob das auch so umweltfreundlich ist, ist auch eine andere Frage. Aber ich bin echt gespannt auf die Technologie in der Zukunft. Was alles so möglich ist. Wir sind ja erst am Anfang, würde ich mal sagen, mit der Technologie. Was Handys anbetrifft und einfach in so vielen Bereichen generell. Also ich denke, wenn wir alle mal erwachsen werden, sagen wir mal so 30, 40, 50 Jahre. Ich glaube, da kommt einiges auf uns zu, wo wir nicht bereit sind. Und das kann ich euch schon mal sagen, du. Also wir sind erst wirklich am Anfang unserer Technik. Entweder wird er uns zerstören, um die Menschheit. Oder bereichern. Das ist auch krass, du. Einfach unsichtbar sind wir. Das ist krass. Was können wir hier draufdrücken? Ah. Ja, aber ich weiß nicht, wofür man jetzt Unsichtbarkeit gebrauchen könnte. Vielleicht im Militär, Krieg, jetzt auch nicht so das Geilste. Oder für Perverslinge, die da irgendwas machen wollen. Also, was, was wir mit Unsichtbarkeit bitte machen. Ich weiß nicht, ey. Außer man will irgendwie zuhören, wenn jemand über dich lästert oder so. Das wäre auch eine Option, aber ist jetzt auch nichts Positives, ne. Also mir fällt jetzt gerade kein Vorteil ein, wenn man unsichtbar ist. Außer man sieht sich halt nicht klar, aber wofür braucht man denn sowas, ne. Ist eben so die Frage. Okay, da würde ich sagen, wir gehen jetzt mal sofort zur Erfindung hier, was MJ sucht. Und dann, die müssen wir ein bisschen fortreiben hier. Das ist, glaube ich, das, was MJ sucht. Die müssen in der Atmosphäre frei, die dafür sorgen, dass unsere Ozeane und Flüsse sauberer sind, als jemals seit Menschengedenken. Mr. Lee. Es wird für alle leichter, wenn du ruhig bleibst und tust, was ich sage. Polizei! Hier drüben! Nein! Mann. Mann! 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 Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Was wollen Sie? Seien Sie am Grand Central Terminal. In 30 Minuten. Allein. Oder noch mehr Blut klebt an Ihren Händen. Ich muss den Anzug noch wechseln mitten in der Folge. Geht es dir gut? Ja, alles gut. Aber beeil dich. Ich mach's so schnell, es geht. Was tust du in Grand Central? Erkläre ich später. Hör zu. Lee hat vor, den Teufelsatem freizusetzen. Du musst sofort weg da. Das wird er erst tun, wenn Norman Osborn hier ist. Moment. Das war sicher die ganze Zeit Lees Plan. Er wollte Norman zwingen, den Teufelsatem freizusetzen, damit er schuld ist. Er gibt irgendwie Sinn, wenn man ein Psychopath ist. Gut, ich bin hier. Komme jetzt rein. Sollte ich auf irgendwas achten? Ja, schon. Da sind hier einige Drohnen, du. Da sind wohl ein paar Drohnen auf Streife. Wer weiß offenbar, dass du kommst? Keine Angst. Ich bin im Lüftungssystem. Siehst du einen sicheren Ausgang? Ja, ich würde mal sagen, dort, oder? Oder ist es nicht so sicher? Ich glaube, das ist nicht so sicher. Wo ist denn hier was Sicheres, du? Da ist auch was Sicheres, ja, eigentlich. Aber das wird hier mir nicht angezeigt. Ja, dort oben. Oder etwa nicht. Ähm. Ah, hier. Hier, hier, hier. Ich bin schon unterwegs. Mhm. Da ist schon der Spidey hier. Schon cool, das in MJs Point of View zu sehen, hier in ihrer Sicht. Wie Spider-Man hier agiert und so. Wenn ich näher komme, sehen die Drohnen mich. Siehst du dieses Tablet da? Das steuert die Drohnen. Kommst du da ran? Ja. Wenn du sie ablenken kannst. Und es überlebst. Bin bereit. Sag Bescheid. Okay. Ich bin bereit. Achtung. Soma? Segen, da? Lass laufen. Lass laufen. Lauf doch. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt zu laufen. Oder nochmal ablenken hier. Ich dachte, noch was ablenken. Nein, doch nicht. Oh. Los, MJ, los, MJ, los, MJ. Das ist so eine der MJ-Mission, die ein bisschen spannender sind. So. Oh mein Gott. Schau doch wie ihn schon. Moment. MJ, was machst du denn? Beruhigen wir uns alle erst mal. Ding. Burren war nie ein Biller. Ich bin Reporterin. Ich habe Kontakt zu Bürgermeister Osborn. Ich kann dafür sorgen, dass er kommt. Pünktlich. Wie? Zuerst. Lass den gehen. Lichchen-Sin. Das war jetzt so das allererste Mal, der wirklich Chinesisch gesprochen hat. Der ist wirklich Chinese, du. Die anderen, die reden so westlich-chinesisch. Also halt die Aussprache, den Akzent hat man sofort raus. Aber der war gerade echt pur chinesisch. Das war gut anzuhören, du. Ich habe sogar alles verstanden, was er gesagt hat. Das ist auch wie in der Besetzung stand. Ja, war schön. Endlich mal. Okay, Spidey. So, das ist ganz cool. Ich hoffe, solche Switches zwischen MJ und Peter. Spider-Man kommen auch im zweiten Teil auf das vor in spannenderen Missionen. Ja, Spidey, willst du mal für mich ausschalten oder willst du ein bisschen warten? Ich denke, warten, ne? So, MJ. Okay. Man muss aber auch hier sagen, also da brauchst du MJ auch nicht ein bisschen wundern oder sich ein bisschen sauer oder halt generell sauer sein. Ich meine, wäre Spider-Man nicht hier oder wäre Peter nicht Spider-Man, dann wäre er sich schon längst tot. Also, will ich mal sagen, du. Hast du noch das Tablet? Ja. Beeil dich lieber. Okay, ich schaffe das. Komm schon, komm schon. Fast geschafft. Ich habe es geschafft. Gut gemacht. Dann werde ich jetzt hier raus. Mit dem Teufelsatem. Ich hole ihn später. Nein. Wir sind Partner, weißt du noch? Können wir später streiten? Die Leute könnten sterben, wenn wir ihnen nicht helfen. Und du auch. Das werde ich nicht zulassen. Nein. Ich habe mich selbst reingeritten und komme auch selbst hier raus. Was meinst du mit dich selbst reingeritten? Das gefällt mir nicht. Das sind zu viele. Dann erledigen wir sie doch einfach. Lautlos. Ja, er muss halt sagen, so, ne. Ist halt schön, dass MJ so mutig ist. Eben auch vieles machen will. Aber das kann auch ein bisschen anstrengend sein, glaube ich. Auch für Spider-Man, für Peter Parker, ne. Mal sehen, wie es im zweiten Teil sein wird. Sehr gut. Schnapp ihn dir. Ich versuche mal, sie zu trennen. Ja. Aber wir gehen jetzt mal weiter. Ist halt auch zu streiten, ey. Ey, warum ist denn eine Anzeige? Scheiße. Dreh dich mal um jetzt. Oh mein Gott. Ich mache halt jetzt ein bisschen viel Kacke. Jetzt noch den weg. Ah, der geht jetzt sogar weg, der dumme Idiot. Wow, wow, wow. Leute, was mache ich hier gerade? Ich mache halt so viel Kacke, ne. Das ist unglaublich. Schalt ihn aus. Nein. Habe ich es geschafft? Ich habe es doch gerade so geschafft. Ich wurde entdeckt. Hat er gerade das Endwort gesagt? Okay, das war gerade, also ich war eigentlich schon längst tot. Ich dachte, ich sterbe jetzt, aber irgendwie habe ich es doch so geschafft und sequenzgetriggert. So, was ist das hier für ein bisschen? Oh, okay. Blau ist wohl mit der Batterie verbunden. Mhm. Helb mit einem Lüfter. Also rot nicht. Ja, das ist dann... Du musst als erstes die Kabel von der Batterie trennen. Folge den Kabeln bis ans andere Ende und löse sie. Okay. Trenn die Kabel von der Batterie. Okay, das ist dann das hier. Okay. Erstes Kabel getrennt. Jetzt das zweite. Die zweite Batterie. Äh, das ist dann das obere, ne. Bam, bam, bam. Das ist dann das hier. Was? Der Timer steht jetzt auf 30 Sekunden. Wow. Eine Sicherheitsmaßnahme. Und was jetzt? Der Lüfter? Ja, und dann das letzte Kabel. Aber beeil dich. Hab's. Okay, jetzt das rote. Das rote Stil. Let's go. Sehr gut. Gut gemacht. Wow. Ja. Hätte bis jetzt die Leute hier raus. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Bist du bereit? So, Leute, jetzt kommt der Gold-Anzug. Der Gold-Spider-Man. Der beste Spider-Man aller Zeiten in meinen Augen. Der Tobey Maguire. Und der Anzug sieht auch so gut aus, Leute. Und das ist so geil. Ich liebe den Anzug einfach. Guck dich mal einfach diese Blau-Weiß-Farben an hier. Und einfach diese Netze, diese Muster einfach. Das sieht einfach so geil aus. Wirklich. Das sieht einfach so krank aus. Oh. Deswegen lieber eigentlich mal ein bisschen chillen. Du, ich bin gerade wieder ein bisschen zu aggressive hier. Na. So. Den erledigen hier. Oh, der Leute. Zehn von Zehn der Anzug. Oh, ich liebe den Anzug. Über alles. Wirklich zu geil. So. So. Oh, oh. Peter. Machen wir ganz mal schnell weg hier. Ihn ausschalten hier. Warum will Lee eigentlich New York terrorisieren? Der will Osborn. Der will Osborn knechten, Alter. Osborn ist ein Knecht und er will ihn knechten jetzt. So. Komm mal her, du. Die Reichweite ist so ganz gut hier. Sehr gut. Ich bin eigentlich wie eine schöne Spinde hier. Seine Beutze einspinnen. So, wie viele noch? Da ist jetzt noch einer. Den machen wir mal weg. Da ist noch einer. Oh, das ist ein Dickerchen. Machen wir mal weg hier. Und dann glaube ich noch einer dort. Schnau... Ey! Geh kaputt! Irgendwie haben die uns nicht gehört. Wie auch immer. Bam. Irgendwie ist Speedrunning ich gerade ein bisschen hier nahe, aber ich hab's eigentlich gar nicht vor. Nur sind ja alle so gut positioniert, dass ich aber alles so ausschalten kann. So. Du bist der Letzte hier. Okay, geil. Hat geklappt. So. Dann frisst jetzt mal meine schönen Beine und meine Eier. Und frisst meine Negativ-Schockwelle hier. Bam. MJ, hast du's geschafft? Ja. Alle in Sicherheit. Gut gemacht. Hey, Peter. Ja? Nach der Sache sollten wir beiden reden. Ja. Sollten wir. Aber zuerst. Tritten in den Schisszahn. Mit MJ sollte man es sich niemals verscherzen. Mhm. Aber das muss auch so attraktiv sein, ne, ey? Dass ihr Ex-Freund einfach ein Superheld ist und Superkräfte hat. Also wäre meine Freunde oder meine Ex-Freundin ein Superheldin in Deutschland oder so. Das ist ja so attraktiv eigentlich, ne? Not gonna lieh. Oder was sagt ihr, Leute, ey? So, Bam. Meine Nase juckt gerade voll, Junge. Die Juck gerade sowas los. Er hofft zu jucken. Gut zu wissen. Ja, meine Nase juckt gerade voll. Er hofft zu jucken, Hase. Mann. Sorry, dumm, Knecht. Er hat gar keine Chance auf die Gegend, Tome, Goyer, Alter. So. Ausweichen hier. Frisst das hier. Bam. Oh, der ist aber weg. Das ist aber die Spawns, Junge, in die Tür rein. Er verschwunden. Wie ist der Flugplan ist der Zug? Er darf nicht entkommen. Ist auch schnell, so schnell. Der Zug bewegt sich. Lien kommt. Ist auch so eine geile Stelle, ne? 10 von 10. Sorry, bin zu spät. Das geht mir endauert. Oh, der hat sich hier auch so gaspend, ne? So. Hey, gib ihm. Ey, hier sollte es bei dem einfach richtig zuschlagen mit seiner vollen Kraft. Ich denke, der würde doch Mr. Negative ruinieren. Oh, das ist auch richtig geil. Links die Spiegelung, da ist es der normale Manson Lee. Müssen wir links mal sehen, hier in einem Fenster von der U-Bahn. Sieht sehr, sehr geil aus, du ey. So, gib uns bei dir. Oh, Stufe 2. Zwei Knechte. Warum tun sie das? Ich begleiche eine Schuld. Boah, ich frage mich echt, was Manson Lee im zweiten Teil machen wird, ne? Das habe ich schon 3-4 Mal erwähnt, ich weiß, aber... Wird Mans Lee nett sein im zweiten Teil? Wird Mans, ähm... Was ich bei ihm rechnen? Ey. Maut jetzt, die, Alter. Achso, ich muss, glaube ich, so machen. Und dann näher rangehen. Man, nee, Spidey. So, ausweichen. Genau, einfach ran, Spidey. Ran, schwingen und dann ist er nicht der Knecht. Wow. Jetzt hier. Äh, nochmal macht er. Hör mal auf, das ist hier. Gib ihm. Du magst nicht echt, Alter. Nervig bist du wirklich. Es gibt ihm was, bei dir. Jetzt geht's wieder los. Hey, hallo. Achso, weggespringen, muss ich jetzt hier. Er wird wohl langsam müde. Mhm. So. Ah, normal, süßer. Brava, Junge. Jetzt nochmal. Brava, Junge. Das ist aber nicht abgesprochen. Was ist denn das? Guck mal, Knecht. Schlag mal richtig, Spiderman. Mit deiner vollen Kraft ist dann over. Was ich wissen, was wie in einem Film, ne? Ist geil, du. Sehr, sehr geil. Und der Anzug, wirklich 10 von 10 Anzug. Ich liebe den Anzug. Tobi Maguire, Go Spiderman. Wirklich zu geil. Ja. Ausweichen. Ey, warum macht er immer so? So, bam. Nochmal. Seitlich springen. Oh, ich hab zu früh gedrückt. Jetzt an die Decke springen, genau. Decke springen, genau. Seite, Seite, hab ich gesagt. Oder jetzt aber Angriff hier. Genug ist genug, Martin. Mann. Geh dann nach Hause zu einer Frau, oder weil du eine Frau hast. Meine Güte. Hat mit dir ein bisschen Spaß. Und mit deinen Kindern Spaß. Also, Familienzeit mal nicht verbringen, ne? Nicht falsch verstehen. So, greif mal an hier. Ich darf, ich glaub nicht zu nah ran, glaub ich. Ich darf nicht zu nah ran. Ich bin viel zu nah dran, eigentlich. Einfach nur warten, bis er müde wird. Und dann angreifen. Ich will Ihnen nicht wehtun. Nichts kann mir wehtun. Nicht mehr. Oh, dieses, dieses Flunkhahn an, 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 Anzug, ne? Zu geil, ey. Es reicht, dass man jetzt wirklich, es ernervt ein bisschen, älter. Jetzt gib ihm mal. Schreit wie ein Knecht. Keine Bremsen? Kein Problem. Das ist auch so eine grandiose Stelle, ne? Wirklich, ey. Und ich schließe Isaac dazu. Zu geil. Passend zum Anzug, ey. Spider-Man 2. Goldfilm. Mit Dr. Octavius auch. Eines der besten Marvel-Filme, meiner Meinung nach. Nächster Halt, Knast. Bringt die Ladung zurück ins Labor. Bewegung! Bewegung! Hier spricht Mary Jane Watson. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht und ich rufe schnellstmöglich zurück. Äh, hey, ich bin's. Sag Bescheid, wenn du reden willst. Und das ist jetzt nicht reden? Nein, 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 nein. Nicht die Art von vorbei! Das können wir alle mitführen, oder? Dieses Oberdenken beim Schreiben, ey. So eine schöne Szene. Bitte sag nein, bitte sag nein. Ha! Okay, okay. Und nicht okay. Was gibt's da nachzudenken? Der Klassiker. Ich auch, ja. Oh, ach ja? Vielleicht. Oh, vielleicht ist crazy. Ich rufe dich morgen vielleicht an, das ist crazy. Klasse. Oh, dafür liebe ich das Spiel so sehr, ne? Bei sowas, immer einfach in Ruhe lassen. Das ist immer das Wichtigste. Du hast es geschafft. Lee kommt ins Raft. Der Teufelsatem ist sicher weisselbe. Wie geht's dir? Wie es mir geht? Wie viel Zeit hast du? Nicht viel. Deine Heldentaten sind mein Papierkram. Aber weißt du was? Gute Arbeit. Danke, Yuri. Das hab ich gebraucht. Okay, kein Schuss. Ist immer so auch in Filmen, ne? Bei der Sache mit Lee habe ich die Stadt vergessen. Wird Zeit, wieder der Freundliches bei dir aus der Nachbarschaft zu sein. Immer auch bei Filmen und generell Videospielen, bei den Dialogen. Wenn die anrufen, dann sagen die auch nicht Tschüss oder irgendwie wir reden später. Die legen einfach auf und wissen, wann auch Schluss ist. Also das wäre in der realen Welt eigentlich nicht so möglich. Okay, coole Mission. Martin Lee ist jetzt erledigt worden. Ich muss dann aber auch ehrlich sagen, ich finde, wie Martin Lee erledigt wird in diesem Spiel, ist dann auch ein bisschen wack. Muss ich auch irgendwie sagen. Also einfach Zughampf. Er schleubt sich gegen einen Zugschalter und ist unmächtig. Hätte ich jetzt ein bisschen cooler vorgestellt. Na gut, würde ich sagen, war eine actionreiche Folge. Viel geredet, viel erlebt. Würde ich sagen, gerne supporten heute, liken, kommentieren. Bis zum Glück, gesund. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.